Die Redaktionen haben überall Stellen eingespart, sodass jetzt vom Mund in die Hand sehr häufig gearbeitet wird. Und das, was den meisten Effekt in der politischen Szene macht, das sind die Online-Outlets der großen Medienhäuser. Dort aber sitzen in der Regel nicht altergraute, erfahrene Redakteure, sondern junge Leute, die im Beruf erst lernen müssen und die es dann mit den Tatsachen so genau nicht nehmen können, weil sie viele auch gar nicht kennen. Und wir sollten auch niemals vergessen, die Journalisten kommen aus unserem Bildungssystem heraus. Jetzt will ich es mir verkneifen, darauf hinzuweisen, wie viele ein abgebrochenes Studium haben, aber das ist gar nicht mein zentraler Punkt. In unserem Bildungssystem wird offenkundig zu wenig vermittelt an Wissen über chemische Zusammenhänge, über technische Zusammenhänge, über die Zeitläufe, in denen etwas an Know-how oder an Technik aufzubauen und dann zu verwenden und dann auch zu ersetzen ist. Mit diesen unzulänglichen Wissensbeständern kommen Journalisten in ihren Beruf hinein und versuchen ihn so gut wie möglich und oft auch nicht sehr gut bezahlt auszuübern und schielen dann naturgemäß darauf, wie kann ich meine Stelle verbessern. Dann wird man nach Möglichkeit nicht auffallen, ansonsten wird auch ein erfolgreicher und prestigereicher Journalist irgendwann von seinesgleichen geschnitten und nicht mehr sozusagen ganz normal in die eigenen Reihen aufgenommen. Dieses veränderte Berufsbild, hinter dem auch eine veränderte Bildungspraxis unseres Landes steht, ist dann in Rückkopplung mit einer Politikerschaft, die ja auch zum großen Teil ihrer Karriere der medialen Rückkopplung verdankt. Denn wenn Sie Leute haben, die nie einen echten Beruf ausgeübt haben, sondern über die Landeslisten der Parteien ins Parlament gelangt sind und dort wissen, entweder mache ich jetzt Laufbahn oder nicht, dann müssen sich solche Leute natürlich in Resonanz mit den Journalisten begeben. Und so haben wir immer so Kurzschlusskreisläufe, in denen dann etwas wie bei einem echten Kurzschluss so energetisch sich entlädt, aber anschließend bleiben verbrannte Leitungen und bleibt verbranntes Equipment zurück. So ungefähr wird man sich etwas vereinfacht, die großen Zusammenhänge vorzustellen haben.